Moin moin Leute Neues Video von mir Mein Einkauf vom 25.01.2018 Ich habe ein paar Sachen gekauft Ich will morgen eine Pizza machen Jetzt habe ich mir Pizza gleich gekauft Ich werde aber keine Tobacco drauf machen Ihr könnt ja mal Liken Das Video teilen Und abonnieren Wird super Dann gab es für 1,04 Pudding Ein ganz kleiner Von Lebe Deine Wahl Und einmal in original Wir haben die für 1,04 Stück Mit 20% weniger Zucker Dann 30% Weniger Zucker Und 40 Gramm Weniger Zucker Prozent Weniger Zucker Dann werde ich gucken, welche der besser schmeckt Dann kann man so abstimmen im Internet Für meine Pizza habe ich dann noch Tatsiki Quack gekauft Dann habe ich für meine Pizza noch Gerof gekauft Und Zwei Mal Mozzarella gekauft Dann habe ich mir noch die schwarze Limo gekauft, zwei Energy Tranks, eine Dose Ravioli, dann habe ich mir ein großes Glas, das ist schon offen, Honiggurken gekauft, lecker, lecker kann ich nur sagen. Joa, das war alles was ich gekauft habe, ihr braucht die nicht, ihr habt euch zu Hause, und dann hat es nur noch von mir aus, und dieses Video geht an Tanzverbot, ich möchte mir Einkaufsvideos sehen von Tanzverbot, es ist für Tanzverbot, ihr könnt das gerne weiterleiten an ihn, mit der Wolf, ja, und, was lassen wir noch sagen, mal gucken wie lange es wieder geht, Das war mein Einkauf, also ich bin bei den, also bei den Puddings, bin ich gespannt, ob die, ob die mit weniger Zucker, mit 20%, 30%, und 40% weniger Zucker gut schmecken, und vielleicht mache ich noch ein, vielleicht mache ich noch ein Video, wo ich die Pizza mache, könnte vorkommen, dass ich, das ist bald, dass mich davon sieht, irgendwann, versprechen kann, versprechen tue ich gar nichts, Mozzarella für die Pizza, Geh raus, Getränke, ja, und den Pizzateich, ja, und dann darf ich nur noch, haut rein, eure Uhr, lasst ein Like da, und, und, und alles weitere, was ich noch rein mache, in der Infobox, Schaui, bis dennne, eure Uhr, und vielleicht abonnieren, wäre sehr nett, bub 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 bub,